Heute habe ich dir eine kurze, knappe Frage mitgebracht, die dafür sorgen kann, dass dein Leben sich verändert und du weißt, was du vom Leben willst. Stell dir vor, du bist auf dem Sterbebett und um dich herum deine Liebsten. Sie stehen da und du liegst im Bett und bist total erfüllt und glücklich und dankbar. Und dann fragt dich jemand, was hast du getan, damit du so ein erfülltes und glückliches Leben führen konntest? Nimm diese Frage mit in deinen Alltag und kommentiere gerne unten. Was denkst du? Was könnte es sein, dass du